Meine Damen und Herren, am Gleis 3, bitte beachten Sie, der Kalender ist das Ausgaben zu bei der Faktion von Vorderwürfen. Friedberg, Planmäßige Anruf 59, Abwalt 52. Bevoll umsichtig, Sie in die Rutschiene eintreten, wir bitten, wir kommen zu Vorderwürfen. Am Gleis 3, bitte Vorsicht, eine ICE-Durchfahrt, ich beruhle Gleis 3, bitte Vorsicht, ICE-Durchfahrt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020